Ich hoffe, ihr seid gut über die Weihnachtstage gekommen und habt euch ein bisschen erholt von den Krapazen der Märkte. Na gut, bewegen tun sie sich von alleine, aber sie sind ja manchmal schon ein Aufreger, insbesondere wenn man in der falschen Richtung unterwegs ist und machen uns nichts vor. Das passiert ja durchaus oft genug, wohl dem, der die Stops entsprechend so setzt, dass es nicht dann super teuer wird. Schauen wir mal ganz kurz drauf. Es macht diese Woche nicht so arg viel Sinn, deshalb eher verkürzte Berichte. Denn wenn wir ehrlich sind, all das, was diese Woche passiert, das kann durchaus schön aussehen, auch charttechnisch vielleicht im Kleinen nutzbar sein. Wir müssen aber damit rechnen, wenn The Big Money zurückkommt, wenn die Masse der Marktteilnehmer wieder da ist, dass sie sagen, so jetzt machen wir das Ganze nochmal eben richtig, dass das ein oder andere, was wir bis dahin dann erleben, vielleicht zurückgenommen wird. Also überbewertet Bewegung der nächsten Tage nicht so sehr, wenn die Großen wieder zurückkommen. Oder einfach die breite Masse, dass nicht nur die ganz Großen, auch die Mittelgroßen und die Kleinen Großen, vielleicht die Großen Kleinen auch wieder zurückkommen alle. Dann wird sich das Ganze vielleicht nochmal ein wenig nivellieren. Deshalb ganz kurz schauen wir ganz schnell auf die Liste, was es heute an Informationen gab im Finanzkalender. Es gab ein bisschen Zahlen aus Amerika, die haben heute Nachmittag eben reingeschlagen. Um 14.30 Uhr gab es die Inventories, Retail und Wholesale Inventories. Ihr seht hier die Zahlen, was auch immer uns die sagen wollen. Die Fundamentalisten wissen das wahrscheinlich sowieso viel besser als ich, was das theoretisch bedeuten würde. Ich kann euch aber zumindest mal sagen, was die Marktteilnehmer daraus gemacht haben. Wir hatten vor nicht so langer Zeit 15.30 Uhr mit der Eröffnung einen deutlichen Rutsch erstmal nach runter, nach unten. Vorher ging es auch schon mal so 14.30 Uhr, so ein bisschen nach unten. Also der Markt fand das nicht super sexy für aufwärts, wenn wir auf den Nasdaq gucken zumindest mal. Allerdings, ihr seht, dass wir hier im 15, geben wir mal einen 5-Minuten-Chart für euch Intraday-Freunde, dass wir zumindest jetzt ein bisschen Gegenbewegung haben. Letzte starke Bewegung nach unten. Stellt euch vor, der Markt macht jetzt in den nächsten vielleicht Stunden irgendwie sowas. Dann könnt ihr euch ausmalen, dass wir stark nach unten sind, dass wir korrektiv nach oben sind. Das wissen wir noch nicht. Das fehlt ja noch hier. Wenn es aber so aussieht, dann hätte man eigentlich gute Voraussetzungen nach unten. Und wer jetzt sagt, das habe ich doch schon mal gesehen. Ey, das ist doch genau das, was wir hier haben. Wackelig nach oben. Wir haben hier sogar schon getriggert. Der einzige Nachteil ist, warum ich das immer so ein bisschen zurückhaltend sehe. Wieso? Der hat doch getriggert. Das ist doch genau dein Ding. Ja, wenn das die erste Welle ist. Wenn ich aber ein bisschen rauszoome, beziehungsweise hier im 4-Stunden-Chart gucke, dann stelle ich schon fest, das hier ist zwar eine Abwärtsbewegung, also das ist das Gleiche wie hier, aber es ist halt nicht die erste Bewegungswelle. Also wir sind schon eine Weile am Laufen. Das heißt, eigentlich abwärts finde ich schon gut, aber nicht notwendigerweise immer 1 zu 1 die Geschichte. Das könnte sich hier jetzt allerdings ändern, denn gemessen, weil dieser Punkt hier höher ist als dieser Startpunkt, ich mache das mal größer, wäre, nehmen wir mal an, wir kriegen jetzt diese A, B, C Korrektur. Das ist jetzt mal nur eine Annahme. Nehmen wir mal an, wir kriegen die oder von mir aus auch mehrfach Korrektiv nach oben Trigger hier, dann wäre das zumindest mal wieder die erste Welle im kleineren Bild und dann könnte man da von einer 1 zu 1 durchaus ausgehen. Also ihr seht, achtet immer so ein bisschen drauf, ist das die erste Welle? Und wenn ihr jetzt sagt, ja, das weiß ich doch immer nicht, dann könnt ihr sagen, das ist mein Stück, ich mache es nochmal frisch, das ist mein Bewegungsstück, was mich besonders interessiert. Die Frage, ist das jetzt die erste Welle? Dann macht ihr hier eine waagerechte Linie, hier eine waagerechte Linie und lauft vom Startpunkt eures interessanten Stückes so lange rückwärts, bis es eine dieser Linien durchstößt. Diese hat es durchstoßen. Damit ist das ein echtes Hoch. Damit ist das eine echte erste Bewegung. Echt ist immer so eine Sache. Wir reden hier von Wahrscheinlichkeiten. Die Wahrscheinlichkeiten dafür sind relativ hoch und deshalb gehe ich dann von so einer Bewegung aus. Wir machen jetzt mal als Übung, als Gegentest, ich gehe nochmal auf den Stundenchart jetzt, dann haben wir ein bisschen mehr Historie hier zu sehen. Machen wir den gleichen Test mit dieser Bewegung. Ist das die erste Welle? Von da, also von da oben bis da unten. Dann machen wir wieder hier unsere Linie, hier unsere Linie. Ich laufe wieder rückwärts. Ah, er hat hier durchstoßen. Das ist also kein echtes Hoch. Wir sind schon in einer Abwärtsbewegung. Und so habt ihr eine sehr einfache Möglichkeit, ein wenig einzuschätzen. Das ist nicht 100% sicher, aber es ist so eine Art Schnelltest, um zu gucken, ist das die erste Bewegungswelle. Machen wir nochmal ein Positivbeispiel. Wenn ihr sagt, ist das die erste Welle? Dann messt ihr, messt ihr. Und dann sagt ihr, ah, hier, zack, das ist die erste Welle. Wenn ihr eine scharfe habt, eine A, B, C, dann ist das, was ihr vorne habt, auf jeden Fall zu erwarten, plus x. In dem Fall ist es sogar x, y und z. Es geht ja noch deutlich tiefer. Das ist nicht immer so, aber so diese 1 zu 1 Bewegung, wenn das die erste Welle ist. Also macht diesen Test mal selber. Es macht Spaß, wenn man es selber erkennt an den Märkten. Dann hat man da was relativ schnell zu erkennen. So, also zusammengefasst, Nasdaq, wir warten drauf, dass er vielleicht A, B, C nach oben geht. Für die ganz kurzfristigen vielleicht sogar, wenn er jetzt wackelig nochmal runterkommt, hätte man nochmal einen Zwischenlong vielleicht. Ja, stellt euch vor, der macht jetzt das. Naja, dann sind wir genau bei der gleichen Argumentation, nur eine Ebene kleiner und ich kann die Zeichnung nicht greifen. So, jetzt. Dann würde ich das erwarten. Das ist ja genau das, was ich eben angedeutet habe. Zack, A, B, C und anschließend dann die Fortsetzung. Also ihr seht, das geht in verschiedene Richtungen auf unterschiedlichen Zeitebenen. Also, ich weiß, dass viele immer sagen, ja, was bist du denn jetzt, eher long eingestellt oder short? Meistens bin ich beides, aber auf unterschiedlichen Ebenen. Die letzte Bewegung im 5-Minuten-Chart ist scharf nach oben, wackele ich runter, verlockt mich zu long. Etwas rausgezoomt, die letzte starke Bewegung ist runter, A, B, C nach oben. Vielleicht ein bisschen anders von den Größenverhältnissen, machen wir mal ein bisschen so. A, B, C nach oben. Das wäre mein Trigger für die Short-Seite. Also, deshalb ist das mit den Triggern immer ganz praktisch, weil man das damit ein bisschen besser eingrenzen kann. Vielleicht ist das etwas, was ihr, wenn ihr euch kurzfristig in den Märkten bewegen wollt, etwas, was ihr für heute mal im Auge behalten solltet. Denn grundsätzlich sind diese Bewegungen auch an Weihnachten denkbar, denn es sind ja nicht gar keine Marktteilnehmer. Da sind halt nur deutlich weniger, das heißt, die Nachhaltigkeit dessen, was jetzt in den nächsten Tagen passiert, ist vielleicht nicht ganz so groß. Innerhalb der nächsten Tage allerdings, wenn ihr sagt, ein bisschen Intraday bewege ich mich, kann man aber diese Verhaltensmuster ohne weiteres anwenden. So, ich hoffe, dass das euch so ein bisschen eine Anregung war. Abschließend vielleicht nochmal auf den DAX. Der ist natürlich auch unterwegs. Auch hier die letzte Bewegung hier im 5-Minuten-Chart ging mal ein bisschen nach oben. Das ist jetzt ein bisschen arg, klein, klein vielleicht. Aber ich denke mal, im Wesentlichen erkennt ihr zum Beispiel hier dieses Stück Schub hoch, dreiwellig runter, Fortsetzung hier nach oben. Also diese Methodik, wenn ihr das so ein bisschen das Auge dafür bekommt, was ist die starke Richtung, was ist dreiwellig oder eben mehrfach wackelig, die Bewegung, das war jetzt hier wegen Weihnachten nie sinnvoll umsetzbar, aber das wäre hier etwas Trigger quasi hier und die Erwartungshaltung für nochmal nach oben. Und jetzt stellt euch das umgekehrte, nee, gar nicht das umgekehrte, gleiche Richtung hier, aber auf einer kleineren Ebene gegebenenfalls nochmal vor. Dann habt ihr hier vielleicht nochmal eine Trading-Idee für den Nachmittag. So, damit will ich es auch belassen. Dabei will ich es belassen für heute jetzt. Wie gesagt, lehnt euch nicht zu sehr aus dem Fenster, dass die Bewegungen von heute unbedingt dauerhaft nachhaltig sind. Ist nicht gesagt. Kann sein, dass es also alles nur Eintagsfliegen sind. Aber wer gerne Eintagsfliegen fängt, kann da vielleicht auch den ein oder anderen Spaß mit haben. In diesem Sinne, euch eine ruhige Zeit. Wir hören uns wieder.